Das ist ein sehr großes Level, das hätte ich nicht gedacht. Das ist auf jeden Fall ein Seiteneingang, wir bleiben erstmal im Krankenhaus, da würde ich mich gerade erst am liebsten erstmal rumgurken. Hä? Ich wollte doch erstmal da bleiben. Oh, was ist mit ihm? Oh nein! Nein! Ich bin tot. Das ist sehr ungünstig. Nochmal! Entschuldigung. Ladebiken, 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 Ladebiken! Ja, dann nehmen wir uns die gleich vor, dann gehe ich da gleich erst raus. Aber dann wissen wir schon mal, was da ist. Hatten wir die schon? Ich bin tot, Ladebiken. 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 Und ich bin tot, Jonathan Reed. Na, das ist ein Eufemismus, dass deine Hilfe wird verhächtet, Ladebiken. Wie würde du diese Situation an den Pembrochen? Es ist echt. Die Flüge ist schweig in den Pfle und die Patienten. Du musst auf... Entschuldigung. Ich bin tot, Ladebiken. Ich bin tot, Ladebiken. Ich bin tot, Ladebiken. Niemand hat eine Idee, wann diese Epidemie wird. Es ist alles sehr aktuell. Nurse Hawkins, die Spanische Flühe wird nicht lange dauern. Auch die Black Plague hat nicht... Ich wünsche mir, dass ich dich glaubte. Aber was ist, wenn diese Epidemie war schlimmer? Was ist, wenn in der Ende, niemand wurde geholfen? Wie lange hast du eine Nurse? Oder lange genug, um zu sehen, dass die Epidemie gewinnen wird. Du wirst wunderschön, was eine Dedikation zu erreichen können, Nurse Hawkins. In der Medizin, manchmal sind wir nur ein Test-Resultor-Wir. Entschuldigung. Wie ist die Pembroke-Staff, mit der Epidemie? Nicht gut. Milton, die Ambulanz-Driver, ist noch mehr grumpier als normal. Especially... Warum ist Milton grumpier auf eine Däilige Basis? Ist es nur ein Akt? Milton ist... Warum ist Milton nicht die Doktor? Ich weiß nicht. Nur frag ihn. Aber sie... Okay, ähm... Da kommen wir nicht weiter von. Guten Morgen, Nurse Hawkins. Wir waren gerade alle nicht da. Dr. Reed. Dr. Swansea informiert uns. Ich bin Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. Ich bin ein großer Ersatzbewerber von deinem Arbeit, Dr. Reed. Ich bin ein großer Ersatzbewerber von deinem Arbeit, Dr. Reed. Also, ich denke wir wieder aufs serialen Abwurschen zus점. Ah! die Kolben, Dr. Johann sabeber die anywhere sehe. Ich bin ein wichtiger Stat. Ich binileen, dass er schlecht ist, mathischo sind. rou变cia 2013 beten Gott sprechen. Auch sie können es gehen. Ich bin deren AhANS parleng. Wir bräuchten irgendwie dreht man eine Ratte oder so, glaube ich. Kleiner Beutel mit Ramsch. Das habe ich auch zu Hause, davon habe ich viel zu Hause. Bitte kehren Sie wieder um, das Kesselhaus ist voll. Kann ich mit der Dame reden? Bei Dr. Cull, doch bestimmt. Ach, die haben sie. Brauche ich gerade tatsächlich nicht. Wir haben 1000 Experience, das heißt, ich glaube, wir können neue Attacke lernen, aber dann kriegen wir auch die Viecher aus dem Garten. Das wollen Sie kann gerade nicht. Wir müssen einmal echt kurz pennen, damit wir die Viecher aus dem Garten bekommen und das würde ich tatsächlich auch gerne machen. Oh, eine Segel. Ja, damit kann man arbeiten. Billy Gal, Jin. Kann ich es wieder dicht machen? Ich kann es nicht wieder dicht machen, das ist natürlich auch gut. Ich will die ganze Zeit immer springen, aber man kann ja gar nicht springen bei dem Spiel. Was ist? Tippett, Strickler und Ackroyd, okay. Reed, toll, wir haben sogar schon ein Türschild, fantastisch. Nee, also das ist definitiv kein, äh, Sack. Es ist schon sehr fancy. Die können wir immer noch nicht, ähm. Die kriegen wir auch noch nicht. Die Säge macht 65 Schaden, das Beil ist auch sehr gut, ne? Können wir das auch werten? Ja, noch nicht. Aber das Beil macht 72 Schaden, das ist sehr gut. Die macht nämlich noch 50, das heißt, wir werden auf jeden Fall mal kurz die Waffe austauschen. Hm. Wir brauchen einen Teil eines gewöhnlichen Griffes, ja. Gerade nicht weiter. William Bishop's Blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. Ähm. I must keep on searching. The sun... Wir nehmen mal die... Das Beil, weil ich glaub, das macht einfach auf mir damage. Das sind schon mal die Viecher. Wir können es fühlen. Wir können es fühlen. Ich werde morgen Abend weitergehen. Ich habe so viel Zeit. Jetzt hast du wirklich lange Zeit. Ah, da sind Zettel. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist krass. Bis 300. Schnelle Regeneration. Also brauchen wir Verheilung. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann.